willkommen zu einer neuen folge von minecraft hardcore mit dabei ist natürlich wieder jonas wir sind hier was geht in unserem wüstenhaus und wir haben in diesem part noch mal eine höhlen tour geplant jonas hat mir gerade noch mal ein bisschen eisen zugeworfen für noch mal eine eisenspitze generell ich habe viel zu viel müll gerade im winter wir wollten unser haus noch fertig bauen ich brauche mir auch mal ein eisenswert damit ich mich besser verteidigen kann wir haben ja genügend eisen okay so ich schmeiß mal draußen noch was weg auch es wird eh nacht kommen lass mal kurz schlafen gehen wo ist mein bett ach das haben wir draußen hingestellt hast du jetzt so ebot ach dann die da will ich nicht rein ach so das ist jetzt wird hier ist das bett ah ja okay ich war gerade dezent verwirrt ja und ich habe extra noch den stein wieder auf sein gesetzt so ich würde ich hier mal dann lass jetzt mal da lang gehen oder ja warte mal warte ich bin noch nicht so weit wird als kann hier rein hast du holz mit ich habe schon eine enderperle guck mal ja nice die schönen auch packt die ruhig mal in die andere kiste da kommen ja die sachen rein die wir für links bauen für einen ender drachen wir müssen vielleicht noch ein bisschen holz abdägen sind aber ich habe mal dabei ich habe auch noch eine hälfte ein halben stack für dich passt schon kommen das gehen okay wie hast du genügend essen mit dabei gott sind steaks okay sollte reichen gut im ofen habe ich jetzt nur zwei schweinefleisch rausgenommen mehr aber wir haben ja auch nicht und falls müssten wir ein bisschen karten oder so abfahren doch wir haben noch zwei haben wir vielleicht geht weil die felder sind nämlich auch relativ weit gewachsen kann mir noch ein bisschen brot machen sondern passt ab schon betten mitnehmen ich würde eher sagen ja sogar ja ich würde sagen nein okay weil wir machen schnick schnack schnuck okay okay schnick schnack schnuck schere schere stein okay oder wir machen zwar folgendes äh m4 das warte warte hast du koppel was zu essen und eine fackel dabei ich hab holz ich hab holz okay nimm statt die fackel das holz holz äh aber ich hab keinen koppel warte kurz okay wir machen das ingame jetzt hier so also das holz ist äh die schere denn stein ist ja stein ja und das da ist die hand was ist die hand? äh das essen also meins papier oder so genau stimmt knick knack knuck das war die schere und du hast stein okay du hast gewonnen ah ja schere ey wie komme ich denn schere stein genau doch genau schere genau genau du hast gewonnen ach ist das verwirrend gut hier habe ich noch ein paar setzlinge oh die können wir gleich nochmal in die kiste packen die nehme ich jetzt nehme ich nicht kann das wirst stratzen jo dann let's go die frage ist werden wir beide lebend wieder zurück kommen ach das ist doch immer die frage bei uns ja aber wenn ich so an die letzte höhentour denke wie ich da zwischenzeitlich nervenkitzel bis und geht nicht mehr hatte übrigens das let's play kommt ja bei euch richtig gut an also ich habe schon einige kommentare gelesen wie wie sie auf die video schwitzen zum beispiel der prismalakai der hat mir hat erst heute im part reingeschrieben finde ich richtig gut und ich muss nochmal mich korrigieren das ist nicht staffel 3 hier das ist sowas schon staffel 4 ich habe da staffel 3 komplett vergessen kann auch mal passiert jung ich habe jetzt 64 holz noch dabei jüt sollte reichen ja wir brauchen ja auch nicht so weit weg gehen wieder in der höhle hier in der nähe dann lass doch darüber gehen oder ja jedenfalls bauen wir uns schnell runter mit dem ziel nicht in die lava zu fallen was ist hier achso das ist kein müdeingang das hört sehr so aus ich sehe jetzt hier auf anhieb keine höhle aber hier nochmal ein bisschen was für essen ruhig nochmal mitnehmen den sphc ist doch auch erlaubt oder ja da ist ja sowieso keine vorteile oder ja eigentlich nicht oder ich weiß nicht außer dass ich halt meine range sehe meine klicks mein ping meine fps ja gut das bringt hier keine vorteile in game ne gut also mods andere mods sind halt nicht erlaubt wie zum beispiel es gibt ja mods wo du so ein bisschen klettern kannst und so das funktioniert ja auch auf normalen zauern zumindest hat das damals funktioniert das ist schon jahre her seitdem ich das ausprobiert habe mal kurz die kuh hier mit jetzt macht ihr kein muh mehr kuh schubser da ist ne hülle ja nice dann nehmen wir die oh ich hab dein zeug eingesammelt alles gut behalten oh eisen ja nice aber lass zusammen bleiben ok ok äh tu uns das also nicht hol die kohle oder obwohl brauchen wir eigentlich gar nicht das eisen die kohle nehme ich jetzt mit wegen fackeln mir sollte es egal sein ich nehme trotzdem eisen mit gut vielleicht brauchen wir auch noch mal irgendwann einen anderen ambass oder so stimmt stimmt hast du recht und generell für eisenwerkzeuge ich habe jetzt also ich verbrauche jetzt meine ganzen steinwerkzeuge ok ähm hier ist schon mal Ende im gelände Ende im gelände na toll wollen wir uns hier runter bauen weil ja ich hab in der näheren umgebung keine höhle gesehen ja das ist nochmal zackern wackel bitte jo so ich muss erstmal kurz den heilfuckern herstellen du kannst ja so lange weiter graben äh da hab ich auch noch sticks lol da bin ich mal gespannt theoretisch also wenn wir hier wieder zurück kommen dann sollten wir eigentlich den rückblick auch finden jedenfalls habe ich immer noch die kommentare da muss ich zwar in meinem video nachschauen aber naja welche höhe sind wir endlich 48 47 wenn ich gerade nahe schaut geil wärs wenn wir so ich brauche mich jetzt hier mal ein bisschen runter passt aber gut auf nicht dass du eine schluchte oder so fällt jetzt brauche ich mich wieder richtig so kann es runter kommen ja ja wäre schon geil wenn wir so mit 20 dias oder so erstmal nach hause kommen je mehr natürlich umso besser unser nächstes ziel wird erstmal sein einerseits die diamantrüste aber was vielleicht auch schon mal gut wäre wären enchanter was wir ja auch noch machen müssen ist in meter wir brauchen ja sehr sehr viel lohnstaub einerseits für ende augen dann einerseits für tränke ich habe ja noch die kohle ab na toll und ich bin hier im dunkeln lass dich doch öfters im dunkeln stehen so welche höhe sind wir 24 ja man kriegt ja auch genügend stein ich habe holz mit du hast ja auch holz genau daher welche höhe hatte elf jetzt erzählen bist du dann er warst mit eisen zu ist das schlimm wenn man mit jahren schon genügt eisen so bis jetzt noch keine action aber die action wird kommen so da wir ja auf die amante sind werde ich mich jetzt zwei blöcke neben dir bauen entlang bauen ja ich weiß nicht komm mal zu mir ist das ja dir oder sind das glaube es dazu aber nimm ruhig auch mal dafür verzaubern weil es war bei mir blau ja ich habe ein neues pack und ich weiß nicht was das was ist ja ich spiele halt wieder mit dem default pack ich gehe ja nicht gerne mit default ja ich finde die vor ich habe die erst gefunden das hat sich schon gelohnt so mal sehen wie viel sind doch alles 1 2 3 3 dios besser als nix besser als nix ja schon mal einen guten anfang und das innerhalb der ersten 10 minuten obwohl wir erst seit paar minuten ja 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 hier ist irgendwo eine spinne runtergefallen gerade ich graue mich mal und übrigens gesundheit nein ich habe über uns ist eine schlucht du bist ganz leise gerade ja weil ich genieße aber ah ok oh scheiße hexe Vorsicht bitte weg geh weg ok man darf nicht im kampf in den anderen sich rein stellen weil sonst töten wir uns gegenseitig das wärs noch dass und dass die noch mal geschossen blöd ja ich habe es ein eisen wird sonst gibt es ja und sonst weiter nichts bei mir das bei uns wieder runtergehen ja ich würde auch das da bis da zu gehen auch schon mal weiter ich darf ja kein ob die fallen nutzen ich dachte da sind gerade die es sah gerade irgendwie so aus ich weiß auch nicht warum obwohl das redstone war ja ich habe rot-blau schwäche anscheinend rot-blau schwäche in minecraft ich nehme jetzt hier mal kurz die eisenspitze das geht bisschen schneller ich war sowieso die ganze zeit nur mit eisenspitze habe weil ich keine ahnung habe ja ich habe noch eine steinspitze hier wollte ich erstmal verbrauchen aber sonst komme ich ja schon so weit entfernt muss ich nämlich erst mal ein bisschen aufholen wir haben ja jetzt drei die das bedeutet theoretisch diamant spitzacke ist drinnen wenn wir irgendwie wasser oder so finden könnte mir theoretisch ja schon mal ein wasser einmal machen und dann obsidian holen dann können wir wenn wir zuhause sind gleich den verzerrungstück machen ich bin weiter weil keine jetzt mal ich bin schade dass die schlucht zu keiner höhle geführt hat aber ich will wasser hast du auch wasser bei dir ja und lava okay ich habe eine höhle ich habe eine höhle okay und zu dir da ist ein lavasee warte mal guck mal wo das wasser ist hier ist das wasser wenn ich da hoch hast du eisen nur eisen nicht ja eisenerz ich mache schnell den ofen ja mach das dann brenn das kurz und gib mir dann drei eisen so pass auf da machen wir nämlich schon mal dann die diapäcke dann kann man nämlich da auch gleich obsidian abbauen jo ich bin schlau ja in der zeit da konnte ich ja mal ein bisschen die umgebung joo hier geht es noch richtig schön weiter und die wasserquelle habe ich auch schon gesehen aber vorsicht da oben ist ein skelett was uns unterschießen könnte die ganze zeit ein bisschen abwachsen hier in der schluchte wo das wasser ist bei der wasserquelle rechts oben so einmal habe ich ja ich kann mir auch gleich noch einmal wenn wir noch mal eine wasserquelle finde ich bin ich auch noch was zum löschen ist das halt sehr gut wenn man daran denkt wenn man brennt nicht so wie ich in staffel hier gibt es noch wasserquelle wasserquelle das wasserchodzi nach warte im confident viel aus so großer höhe ab der wort er mit ihm gepackt und da kommt das wasser. Ich sehe es aber es bleibt hier hängen. Nö. So, gib mir die Abwecke. Ah, warte, mach ich kurz. Ich schaue mich jetzt erstmal nochmal hier ein bisschen um. Sagt es, da geht es weiter in weitere Höhle oder wie? Ja, da geht die Höhle weiter. Okay. Und es speitert sich da auch in 2. Soll ich mir die mal an. Ich habe hier noch eine Wasserquelle. Du kannst ja mitnehmen. Nehme ich auch. So. So, Enchante haben wir schonmal. Nice. Allerdings bin ich auf Level auf Ebene 34 und das geht höher. Bedeutet kein Diamant Level. Aber hier geht es wieder runter. Wollen wir zusammenbleiben oder aufteilen? Wenn wir zusammenbleiben wollen, warte ich auf dich. Ja, wir bleiben dann definitiv bei mir zusammen. Bitte. Apfel, den nehme ich mit. Das ist gut für Goldäpfel. Was nimmst du mit? Den Apfel. Ich habe einen Apfel dabei. Wir haben jetzt 7 Dateis. Wir brauchen nochmal 7. Jo. Genau. Gut mitgedacht, dass wir auch noch ein netter Portal brauchen. So, ich muss erstmal kurz meinen Zoom mal wieder auf eine andere Taste legen. So, jetzt werde ich nicht mehr in Versuchung geleitet zu zoomen. Sie sind einfach drinnen in meinen Fingern, dass ich einfach auf C da drücke. Ja, bei mir ist das auch schon drin, aber irgendwie kann ich das auch einfach unterlassen. Ich nicht. Ich nicht. Ich krieg's nicht hin. Hatte jetzt die ganze Zeit schon öfters mal wieder gesoomt und ich merke das nicht mal, dass ich zoome. Das ist ja noch belastener. Und die Zuschauer eine Challenge, wie oft zoomt Dennis. Ja. Wer Langeweile hat, kann einen Counter machen und in jedem Kommentar schreiben, in dieser Folge so und so viele Zooms bisher, also gesamte Zooms so und so viel. Aber nur wer Langeweile hat. Genau. Wir wollen euch zu nix anstiften. Ja. Wir wollen euch zu nix anstiften. Außer hier vielleicht ein Like da zu lassen. Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Obsidian alles raus da, wo du bist? Äh, ich hab auch ein bisschen was in Lava fallen lassen. Achso. Na, nicht so schlimm. Aber ich hab jetzt schon 13. Wunderbar. Ich schaue trotzdem schon mal ein bisschen weiter, weil die Folge geht nur noch ein paar Minuten. Ich möchte ihnen zuschauen, wenn sie noch ein bisschen was zeigen. Dass ich hier schon mal die Hülle in der Akkunde oder so. Ja. Wir ergeben ja auch noch mal nicht schon. 20 Minuten. Boah. Ich hab ne riesen Schlucht gefunden. Loll, C. Ach, da waren wir schon. Das war, Loll, das ist glaube ich die Schlucht, wo wir vorhin waren. So. Ich hab 14 Obsidian. Wunderbar. Einfach die Schlucht, wo du das Wasser her hast, hochgehen. Da bin ich. Loll, da geh ich aber jetzt nicht schön. Ich geh. Ach, du bist da lang gegangen. Komm mal wieder zurück. Jo, ich bin schon unterwegs. Loll. Hab dich gar nicht gesehen. Ach, hier geht's auch noch weiter. Loll. Ja, nice. Ja, nice. Dann komm mal, hier geht's runter. Aha. Dann kommen wir hier zu einem Lavasee, aber geht's dann schön weiter. Ich schau mich kurz hier im Vorraum noch ein bisschen um. Vielleicht finde ich hier noch bei dir's. Ich komm dann gleich hinterher, wenn ich hier fertig bin. Welche Höhe sind wir? Ja, ich hab dir's. Ja, nice. Könnt ihr. Und Krippach. Ja. Okay, wir sind's. Doch, wir sind's. Wunderbar. Drei. Vier. Vier Dias. Ja, nice. Ey du. Hacks, oder was? Ich hacke heute nicht. Nee, ich meine das Skelett hier. Tschüss. Die Pfeile nehme ich mit. Und die Knochen. Hallo, Dennis. Hallo, da wollte ich auch hin. Wir waren ein Creeper. Ja, den habe ich gesehen. Da unten war jetzt einer an Lama. Ich habe nur das zwischengehört. Da drüber. Oh mein Gott, wie ich ihn noch pläht habe. Ich muss hier schnell weiter, sonst würde mich das Skelett mein Leben kosten. Oder ich helfe dir. Also ich gehe mal hier den Wasserfall hoch. Schau mal, ob man hier noch was finden kann. Aber es sieht nach einer Sackgasse aus. Ja, das ist eine Sackgasse. Wollen wir dann erst mal weiteres Stück meinen, oder? Könnten wir theoretisch. Hier waren wir ja schon. Genau. Das habe ich hier vorhin jetzt so gemacht. Hier sehe ich noch ein bisschen Dunkelheit. Da unten warst du schon. Ja. Dann hier nochmal lang. Es kann ja immer sein, auch wenn es hoch geht, dass es irgendwo wieder runter geht. Hier ist Lava. Da geht es anscheinend nicht weiter. Da ist jemand müde. Hier geht es weiter dann das. Nice. Boah. Sieht da unten ein bisschen gefährlich aus. War es von hier, komm, wir nehmen mich. Ach, Mann. Minecraft Hardcore Trolls. Ui. Das mal ganz schnell zu machen. Hallo. Was können wir kaufen? Was können wir ein Fleisch? Oh ja, gerne. Hier, hier. Kriegst du ein paar Steine dafür. Ja, ich bauche den Klee nicht. Naja. Ja, wir haben 24 Minuten auf dem Tacho. Bedeutet, wir können theoretisch jetzt hier den Cut setzen. Und dann müssen wir das hier unten einbauen. Ja, zum Beispiel. Hallo. Was machen wir für ein schönes Hand? Wunderbar. Ja, es reicht. Nein, es muss alles gut aussehen. Okay. Es muss alles gleich aussehen. Nimm die Facke da von der Wand weg. So. So, das war's mit dieser Folge hier. Ähm, 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 ähm. Das ist nicht gut, was du machst. Okay. Ja, ey, wär ich jetzt so gestorben, Jonas. Wär ich jetzt so gestorben, ey. Dann los. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Hardcore Troll 2, äh, wieder, nee. Das Trollste lasse ich mal weg. Ja, bis dahin. Und ich hoffe mal, in der nächsten Folge wird es auch ein bisschen spannender. Und ich hoffe mal, wir finden auch ein paar mehr Dias noch. Tschau. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Das ist schon mal. Talhor ist es schon mal weg.